Urdhva Namaskar Vajrasana Fersensitz mit erhobenen Händen in Grußhaltung. Setze dich auf die Fersen, Vajrasana, gib die Handflächen zusammen und hebe die Arme hoch. Du bist so gut auf dem Boden verwurzelt und hast die Hände oben. Diese Stellung drückt übrigens die Bedeutung von Vajrasana besonders gut aus. Vajra heißt eben Blitz und du könntest dir vorstellen, dass wie ein Blitz von oben in dich hineingeht als göttlicher Segen oder umgekehrt, dass die Kundalini-Energie wie ein Blitz von unten nach oben strahlt.